Wiel ist eine Stadt im oberbergischen Kreis im Regierungsbezirk Köln in Nordrhein-Westfalen. Geografie Wiel liegt in Luftlinie etwa 41 Kilometer östlich von Köln. An die Stadtgrenzen die Nachbargemeinden Gummersbach, Reichshof, Nürnbrecht, Murchoverath und Engelskirchen. Zwischen der Autobahn A4 und Wiel liegt das mit etwa 81 Hektar größte Gewerbegebiet Wielz. Wiel-Bohmich Der gleichnamige Fluss Wiel fließt in Ost-West-Richtung durch die Stadt. Stadtgliederung daneben existierten über 30 alte Ortsbezeichnungen, die zu verschiedenen Zeiten und aus unterschiedlichen Anlässen aufgegeben wurden und heute in Straßennamen erhalten und wieder zu erkennen sind. Alpermühle, Koppelweide, Pergenrot, Seifen, Breidenbruch, Altkleff, Bruchtal, Dörnen, Nürsche, Ohl, Pool, Zaunze, Wülfringhausen, Atzenhagen, Heckelsiefen, Mühlenau, Perkel, Scheid, Siefen, Sölsiefen, Neuenhaus, Dammte, Treibholz, Helmerhausen, Killinghausen, Mühle, Repsienrot, Unterbandenberg, Hähnermühle, Reusenbach, Klebornen, Steghütte, Weiden, Scheidt. Die Preisgabe historischer, zumeist in der Mercator-Karte von 1575 verzeichneter Siedlungsnamen begann schon 1901-02 mit der Umbenennung der früheren Gemeinde Drabender Höhe in Bielstein, das zuvor im Kern Repsienrot hieß. 1912 folgte Weihershagen als Sammelnahme für etliche Streusiedlungen, durch Regelbautätigkeit und raschen Bevölkerungszuwachsnahmen in der Entwicklungsphase nach dem Zweiten Weltkrieg weitere Siedlungen strukturell, Verschmelzungen gestalt an, vor allem um den Hauptort Wiel. Der Wegfall vieler Ortsnamen verbunden mit der flächendeckenden Einführung von Straßenbezeichnungen ging einher mit der kommunalen Gebietsreform 1969, sowie der für die Stadtwerdung dokumentierten Urbanisierung. Anlass waren nicht zuletzt aber auch postalische Bedürfnisse im Gefolge der Einführung von Postleitzahlen. Geschichte Hauptartikel Geschichte von Wiel 1131 wurde Wiel unter dem Namen Villa erstmals urkundlich erwähnt. Auf der Mercator-Karte von 1575 ist es als Wiel verzeichnet. Durch den Siegbürgervergleich von 1604 wurde Wiel endgültig der Herrschaft Homburg zugeschlagen und damit dem Haus San Wittgenstein unterstellt. 1815 ordnete der Wiener Kongress das Homburger Ländchen, das praktisch nur aus den Gemeinden Wiel und Nürnbrecht bestand, Preußen zu. Wiel war um diese Zeit noch ein landwirtschaftlich geprägter Ort dörflichen Charakters, dessen Bevölkerungsüberschuss sich durch Wanderarbeit ernähren musste. Erst die Nutzung der Wasserkraft der Wiel durch den Ullerhammer seit 1860 sowie Stromerzeugung seit 1895, der Anschluss ans Eisenbahnnetz 1897 und die Gründung der Bergischen Patentaxenfabrik Wiel im Jahr 1898 schufen die Voraussetzung für verstärktes Bevölkerungswachstum. Der Nationalsozialismus hinterließ Wiel ein neues Rathaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg integrierte Wiel den Zustrom von Ausgebombten und von Vertrieben. Durch die Gebietsreform wurde die Gemeinde am 1. Juli 1969 mit Bielstein und Gebietsteilen von Denklingen vereinigt. Bielstein und Wiel verloren jedoch auch Gebiete vor allem mit einwohnerstarken Orten im Agertal an Gummersbach. Ründerod wurde um Gebietsteile Bielsteins Reichshof um Gebiete der Altgemeinde Wiel vergrößert. Die neue Gemeinde erhielt im Jahr 1971 Dickersekunden Stadtrecht, also 840 Jahre nach seiner Erstnennung. Seither erfreut es sich auch dank des Zuzugs von Aussiedlern und einer geschickten Industriepolitik soliden und stetigen Wachstums. Vor der Gebietsreform am 1. Im Ersten Weltkrieg 1914 zu 1918 fielen 157 Wieler und 169 Bielsteiner Bürger. Nach der Gebietsreform am 1. Mit der am 1. Juli 1969 in Kraft getretenen kommunalen Gebietsreform endete der Gebietsstand der selbstständigen Gemeinden Wiel und Bielstein. Für die neue Gemeinde Wiel erklärt sich rein rechnerisch ein beträchtlicher Rückgang gegenüber den vorher zusammengezählten Gemeindebewohnern der Altgemeinden Bielstein und Wiel. Vereinzelt auffällige Rückgänge beruhen auch auf statistischen Bereinigungen der Einwohnermeldekarteien. Politik Die Wappenanordnung wurde am 1. Juli 1969 beim Zusammenschluss der Gemeinden Wiel und Bielstein aus dem Bielsteiner Wappen übernommen durch das Kreuz ergänzt und am 17. April 1972 genehmigt. Städtepartnerschaften Juknem Israel im Jahr 1972 entsteht aus ersten Kontakten zwischen dem Juknamer Gewerkschafter Moshe Amos und dem damaligen Stadtdirektor Dr. Dieter Fuchs schnell eine lockere Freundschaft. Der Besuch einer Reisegruppe aus Wiel im Oktober 1973 musste wegen der Wirren und Gefahren des plötzlich ausgebrochenen Jom-Kippur-Kriegs vorzeitig beendet werden. 1974 erfolgte der Gegenbesuch einer Fußballmannschaft aus Juknem in Wiel. Weitere Besuche auf privater Ebene sowie offizieller Reisegruppen folgten. 1980 wurde der Freundeskreis Wiel-Joknem unter dem Vorsitzenden G. Hermann gegründet. Im Jahr 1981 erfolgte der Abschluss des Partnerschaftsvertrages H.E.M. Frankreich erste Besuchskontakte zwischen offiziellen Vertretern aus Wiel und der Stadt H.E.M. im französischen Teil Flanterns. Unweit Lille-Ruweisch erfolgten im Jahr 1991. Ein Jahr später besuchte eine Abordnung Wieler Schulen und Vereine H.E.M. 1992 wurde ein gemeinsames Partnerschaftskomitee mit der Aufgabe gegründet, Begegnungen zwischen Jung- und Alt aller Bevölkerungsgruppen zu fördern. Vor allem wurden Austauschmaßnahmen zwischen den Schulen und Berufspraktikanten unterstützt. Gegenseitige Besuche von Jugendgruppen, Vereinen, Einzelpersonen und Familien festigten die Kontakte. In den Jahren 1993 und 1994 fanden in Wiel und H.E.M. offizielle Feiern zur Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde statt. In Wiel gründete sich 1995 der Deutsch-Französische Partnerschaftsverein Wiel, H.E.M., der gemeinsam mit dem Comité Jumeage H.E.M. Wiede Europe die partnerschaftlichen Aktivitäten mit dem Ziel der Völkerverständigung koordiniert und fördert. Krimitschau, Sachsen schon bald nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und der Öffnung der innerdeutschen Grenze empfing Wiel in den ersten Februartagen des Jahres 1990 den Besuch einer dreiköpfigen Delegation aus der sächsischen 24.000 Einwohner Stadt Krimitschau an der Pleiße. Wir wollen wegbereiter sein und eine Brücke schlagen. Darin waren sich die Gesprächspartner im Wieler Rathaus einig. Erste Kontakte hatte der damalige Stadtverordnete Reinhold Leih nach verwandtschaftlichen Besuchen angebahnt. Schon wenige Tage später brach eine Wieler Delegation mit Spitzenvertretern aus Rat und Verwaltung zum Gegenbesuch in die DDR auf, um dort den Boden für die angestrebte Städtepartnerschaft vorzubereiten. Arbeitsgruppen zu den Themen Industrie und Handwerk sowie kommunale Selbstverwaltung wurden eingerichtet. Reger Gedanken und Erfahrungsaustausch bei zahlreichen menschlichen Begegnungen schlossen sich an. Dauerhafte Freundschaften wurden geschlossen. Die sächsische Kleinstadt erlebte einen regelrechten Besucherandrang aus dem Homburger Land. Rund 250 Wieler wollten dabei sein, als am 24. März 1990 die Partnerschaftsvereinbarung in Krimitschau feierlich unterzeichnet wurde. Die Grundlage für eine fruchtbare Zusammenarbeit war gelegt, nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auch für Handel, Handwerk, Industrie, Gastronomie und nicht zuletzt für Kontakte der Vereine in den Bereichen Sport und Kultur. Kultur und Sehenswürdigkeiten Die Wieler Tropfsteinhöhle ist eine begehbare Schauhöhle. Sie hat jährlich um die 20.000 Besucher. Bauwerke Die Evangelische Kirche im Herzen Wiels ist die größte der Wieler Kirchen. Ein Vorgängerbau wurde schon um 700 errichtet. Im Oberdorf steht ein unter Denkmalschutz stehendes und restauriertes Fachwerkensemble mit Häusern von 1755. Über den kleinen Fluss Wiel führt am Rande des alten Ortskerns die aus Bruchsteinen errichtete Mühlenbrücke, welche 1650 erbaut und 1980 renoviert wurde. Der Bismarckturm ist ein Aussichtsturm, der zur Kaiserzeit 1909 erbaut wurde. Er ist 16,8 Meter hoch, hat einen regelmäßigen sechseckigen Grundriss und wurde aus Grauwacke erbaut. Das Rathaus von 1939 verkörpert die damalige Auffassung von Heimatschutzarchitektur. Im Stadtteil Marienhagen steht eine der sogenannten bunten Kerken eine Kirche mit mittelalterlichen Deckenmalereien. Sehenswert ist auch die sich noch immer vergrößernde Familie der Kreisel, mit denen sich Wiel umgibt und von denen jeder einen besonderen Aspekt der Wieler Wirtschaftsgeschichte beleuchtet. Unter Denkmalschutz steht auch die Wieltalbahn. Der Gebäudekomplex Weierarkaden rundet seit 2006 die Geschäfts- und Wohnbebauung am Weierplatz ab. Hauptartikel Ein Kriegerdenkmal mit einem Soldatenstandbild steht am Rande des Stadtparks unterhalb der Kirche. In die Mauer sind Gedenktafeln eingelassen, die die Namen der gefallenen Soldaten aufführen. Außerdem wurde ein Textauszug aus einer Rede des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker angebracht. In Oberwiel steht gegenüber der Oberwieler Grundschule ein Denkmal für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkrieges. Ein weiteres Kriegerdenkmal steht oberhalb der Evangelischen Kirche in Wiel-Bielstein. Es wurde mit dem Bau der Umgehungsstraße von seinem ursprünglichen Ort in der Nähe der Fußgängerüberführung dorthin versetzt. Ebenfalls unter Denkmalschutz steht die gesamte Wieltalbahn. Das Museum Achse, Rad und Wagen in Wiel-Ullehammer stellt auf einer über 1000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche die 5500-jährige Geschichte des Fahrzeugbaus dar. Es wurde nach umfangreichem Umbau am 27. Oktober 2013 neu eröffnet. Im idyllisch gelegenen Bauernmuseum im Monsau werden alte landwirtschaftliche Geräte und Maschinen ausgestellt. Ein weiteres Museum befindet sich im Ortsteil drabender Höhe. Das Museum Siebenbürger Heimatstube im Kulturhaus stellt unter anderem Trachten und Hausrat aus und vermittelt Einblicke in die bis heute gepflegten, Sitten und Bräuche der über 800 Jahre alten Tradition und Kultur im Siebenbürgerland. Sporteissporthalle Wiel Die Eissporthalle Wiel in der Mühlenstraße in der Nähe des Bahnhofs nahe dem Zentrum ist eine von insgesamt 30 Kunstheißstadien in Nordrhein-Westfalen. Sie ist jeweils in den Wintermonaten geöffnet. Die Eisfläche kann als öffentliche Eisfläche gegen ein Eintrittsgeld benutzt werden. Die Eissporthalle wurde zusammen mit der neuen Freibadanlage 1976 als Großversuchsanlage zur Nutzung von Solarenergie fertiggestellt. Das RWE beteiligte sich ebenfalls an diesem Projekt, das unter anderem zum Ziel hatte, neue Formen zur Warmwasseraufbereitung zu testen. In der Sporthalle werden neben dem Schlittschuhlaufen die Sportarten Eishockey und Curling ausgeübt. Der TUS Wiel ist als Eishockey-Verein in der Verbandsliga NRW Gast und Nutzer der Halle. Der Curling-Sport wird vom Curling-Club Wiel organisiert. Während der Sommermonate wird die Halle beispielsweise für Konzerte und Märkte genutzt. Wiel-Tal-Stadion Das Wiel-Tal-Stadion ist ein Sportstadion. Es konnte von Nationalmannschaften während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 genutzt werden. Diesbezüglich wurde am 4. August 2004 ein Vertrag zwischen der FIFA und der Stadt Wiel abgeschlossen. Im Jahr 2005 wurde die Rasenfläche komplett saniert. Der Rasenplatz hat eine Größe von 105 pro 86 Metern und fast maximal 5000 Zuschauer. Es steht ein Umkleidegebäude mit drei Umkleideräumen und zwei Duscheinheiten zur Verfügung. Die Anlage ist komplett eingezäunt und wurde mit einem Sichtschutz in Form von dichtem Grünbewuchs versehen. Weiterhin hat die Anlage einen Kunstrasenplatz mit der Größe 43 x 35 Metern. Er ist für Fußball, Basketball, Volleyball und Fußballtennis nutzbar. Auch diese Anlage ist komplett eingezäunt. Sportplatz Eichhardt Der Sportplatz Eichhardt, zwischenzeitlich umbenannt in Walter Lück Sportanlage, ist ein zentral gelegener Kunstrasenplatz mit Kunstrasen Outdoor-Kleinspielfeld in Wiel. Er liegt direkt am Naturpark Wiel unweit des Rathauses und der Evangelischen Kirche. Er ist die Heimstätte des größten Wieler Fußballvereines FV Wiel 2000 TV mit zurzeit 22 Jugend- und 5 Seniorenmannschaften. Im Jahr 2010 wurde auf der Anlage die Sigvart-Testribüne für 500 Zuschauer mit Umkleide- und Duschräumen errichtet. Weitere Sporteinrichtungen Sport- und Turnhallen am Gymnasium und der Grundschule, Solarfreibad mit Rutsche und Wettkampftauglicher 50 M Langbahn, Sauna, Kneippanlage, Wielpark für Freizeit, Spiel und Sport, Ballonstartplatz im Wielpark, regelmäßige Veranstaltungen Die internationalen Wieler Jazz-Tage, die in der Jazz-Szene große Beachtung genießen, finden seit 1989 regelmäßig statt. Größen des Jazz-Wiel-Illien But, Aldi, Miola, Götz, Altsmann, Liam Vico, Melva Justin, Albi Donnelly, Superchatsch, Louisiana Redd und viele andere sind bereits in Wiel aufgetreten. Bei der Wieler Dahlien-Schau können von August bis Oktober hunderte verschiedener Sorten Dahlien besichtigt werden. Wochenmarkt am Mittwoch, Heimatfest am Bismarckturm, Stadtfest, Weihnachtsmarkt am 2, Advent, Wirtschaft und Infrastruktur. In Wiel wurde seit dem späten Mittelalter Eisenbergbau und Verarbeitung betrieben. Bis ins vergangene Jahrhundert war die Gewinnung und Bearbeitung der Grauwacke ein wichtiger Wirtschafts- und Erwerbszweig. GG ist gleich Gewerbegebiet, DL ist gleich Dienstleistungszentrum, AS ist gleich Anschlussstelle, GG Bielstein. 34,1 Hektar L336 Ortsteil Helmerhausen, 2,5 Kilometer bis zur AS24 der A4, GG Boomich West, 48,8 Hektar am Verkehrskreuz Ost, 20,3 Hektar Albert-Einstein-Straße und Nord, 11,5 Hektar Karl-Zeiss-Straße, zusammen 80,6 Hektar zwischen 1 und 2 Kilometer bis zur AS25 der A4, GG Drabender Höhe, 7,6 Hektar Industriegelände, 6 Kilometer bis zur AS24 der A4, DL Dienstleistungszentrum Herkel-Siefen, 2,5 Hektar L336 Oberwiel, 8 Kilometer bis zur AS25 der A4, GG Marienhagen, 20,1 Hektar vor den Birken, 5 Kilometer bis zur AS25 der A4, im 2005 vergrößerten Gewerbegebiet Marienhagen-Siedeln weitere Firmen, Bedeutendster Ansiedler ist ein aus Bielstein verlagertes und modernisiertes Druckgusswerk, GG Mühlen, 6,8 Hektar L95, 6 Kilometer bis zur AS24 der A4, GG Oberbandenberg, 3,1 Hektar Ortsteil am Faulenberg, 2,5 Kilometer bis zur AS25 der A4, DL Dienstleistungszentrum Oberbandenberg, 2 Hektar K52, 2 Kilometer bis zur AS25 der A4, GG Oberwieler Gewerbepark, 4,2 Hektar der Schlagerstraße, 8 Kilometer bis zur AS25 der A4, GG Weihershagen, 3,7 Hektar B56 Ortsausgang, 2,5 Kilometer bis zur AS24 der A4, GG Wiel-Ullerhammer, 29,4 Hektar nahe Wieler Zentrum, 7,5 Kilometer bis zur AS25 der A4, größter Arbeitgeber in Wiel ist die BPW Bergische Achsenkommanditgesellschaft mit dort über 1900 Mitarbeitern, Wiel liegt an der Bundesautobahn 4, Eisenbahnverkehr in das Eisenbahnnetz ist Wiel durch die Wieltalbahn angeschlossen, Sie wurde 1999 durch einen Förderkreis reaktiviert, am ersten Sonntag der Monate April bis Oktober fahren hier Dampfzüge, im Sommer 2005 wurde die öffentliche Schienengüterverkehrsstelle Wiel wieder eröffnet, kurz danach der Güterverkehr wieder aufgenommen, es wird bisher hauptsächlich Holz transportiert, die Gemeinden entlang der Trasse wollten aufgrund diverser Straßenbaupläne die Bahnstrecke abreißen, weswegen sie Ende 2006 die Strecke mithilfe eines zinslosen Darlehens des Landesbetriebs für Straßenbau aufkauften, es entstand ein erbitterter Streit zwischen dem Förderkreis und der Regionalpolitik, der aufgrund seiner Wortwahl deutschlandweit beachtet wurde, so bezeichnete der damalige Landesverkehrsminister Oliver Wittke die Wieltalbahn als Treppenwitz, Im Januar 2007 entschied das Verwaltungsgericht Köln zugunsten der Betreiber, der Schienenverkehr war daher zunächst gesichert, ungeachtet dessen beantragte die Stadt Wiel im Mai 2007 die Freistellung von Bahnbetriebszwecken, die die Bezirksregierung Köln im Februar 2008 erteilte, Im Juli 2008 verpflichtete das Oberverwaltungsgericht Münster das Land NRW eine langfristige Betriebsgenehmigung für die Wieltalbahn auszustellen, die im August 2008 erteilt wurde und bis 2056 gültig ist. Im November 2008 entschied das Verwaltungsgericht Köln, dass die zwischenzeitlich erfolgte Entwidmung von Teilen der Wieltalbahn rechtswidrig war, und hob die Bescheide zur Freistellung der Bahngrundstücke von Betriebszwecken auf. Folgende Busverbindungen der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft im Verkehrsverbund Rhein-Sieg existieren. 302 Gummersbach-Wiel-Nümbrecht-Waltbrühl 306 Gummersbach-Rospe-Dieringhausen-Hunsheim-Wiel 321 Wiel-Volkenrath-Eckenhagen 324 Wiel-Marienberghausen-Nümbrecht 325 Wiel-Mühlhausen-Bohmich-Dieringhausen 319 Wiel-Bielstein-Drabenderhöhe Siehe auch, wie im gesamten Bergischen Land stammen fast alle Wanderwege von dem Sauerländischen Gebirgsverein e.V. Der Radweg R20 durchläuft Wiel in Ost-West-Richtung Der Radweg R33 durchläuft Wiel in Nord-Süd-Richtung Schulen und Bildungseinrichtungen Gemeinschaftsgrundschule Wiel Gemeinschaftsgrundschule Bielstein Gemeinschaftsgrundschule Drabener Höhe Gemeinschaftsgrundschule Marienhagen Gemeinschaftsgrundschule Oberwiel Freie Christliche Grundschule Wiel Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Ganztagshauptschule Bielstein Berufsvorbereitende Schule für Technik Ehemalige Gemeinschafts-Hauptschule Bielstein Realschule Bielstein Hellenkeller Schule Hugo-Kükelhaus-Schule Schule für Sprachbehinderte Wiel-Talhalle Aula des Gymnasiums für Veranstaltungen aller Art Musikschule der Homburgischen Gemeinden e.V. Kreis-Volkshochschule Abteilung Wiel Stadtbücherei Kulturkreis Wiel e.V. Weitere soziale Einrichtungen 1 Kommunaler und 2 Kirchliche Kindergärten Waldorf-Kindergarten Städtischer Jugendtreff im Bionslager Evangelisches Haus der Jugend Jugendcafé Checkpoint Jugendhotel Oaseoffenarbeit für Senioren Alten- und Pflegeheim Betel Diakonie und Johanniter Sozialstation Johanniter Unfallhilfe Kirchengemeinden e.V. Kirchengemeinde Wiel Kat Kirchengemeinde Wiel E.V. Freikirchliche Gemeinde Wiel Kirche für Oberberg Wiel Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Wilhelm Idel Heimatforscher und Dichter Die Glocken von Wiel Max Däubel Motorradsportler Emil Hörner Motorradsportler Zeitweise hier gelebt Friedrich von Böhmches Maler hatte seit 1978 hier seinen Wohnsitz Eugen Daub Maler wirkte von 1970 bis 1992 hier Johannes Puppitz Politiker und Aktivist im Widerstand gegen den Nationalsozialismus leitete 1909 für kurze Zeit die Verwaltung in Wiel Horst Waffenschmidt CDU Politiker von 1964 bis 1972 Stadtdirektor in Wiel Stefan Kretschmer ehemaliger Handball-Nationalspieler lebte von 1993 bis 1996 in Klein-Fischbach Karl-Heinz Feldkamp Fußballtrainer Ruth Hallensleben Industriefotografin lebte von 1943 bis 1961 in Wiel Christian W. Schenk Dichter lebte von 1976 bis 1977 in Wiel Sonstiges 30 Meter unter der Erde werden vom Wieler Standesamt in der Wieler Tropfsteinhöhle regelmäßig Trauungen durchgeführt In einem Wildgehege nahe der Tropfsteinhöhle können Rot, Sika, D.A.M. Muffel und Schwarzwild beobachtet werden In der historischen oberbergischen Postkutsche, einem Nachbau der Postkutsche der Kaiserlichen Post um 1871, können von Mai bis Ende Oktober jeweils freitags, samstags und sonntags Fahrten zwischen Wiel und Nürnbrecht unternommen werden Wald- und Naturlehrpfad Ein 1,8 Kilometer langer Rundweg, der neben dem Eingang der Tropfsteinhöhle beginnt Im Siefen unterhalb der Tropfsteinhöhle befindet sich das Montanarchäologische Bodendenkmal Goldener Druck Ein alter Bergwerkstollen, der dem Abbau von Eisenerz diente und sich in verzweigten Grubenfeldern bis unter die Ortschaften Hübender, Pfaffenberg und Appenrod erstreckte Mindestens seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde geschürft Schließlich wurde die Förderung 1912 eingestellt, weil zu geringe Erze anstanden Später diente der Stollen über Jahrzehnte der Wieler Wasserversorgung Am restaurierten gemauerten Stolleneingang wurde der zeitweise verschollene Stein mit der eingemeißelten Inschrift Goldener Druck 1813 wieder aufgestellt Etwa 6 Kilometer östlich von Wiel liegt die Wiel-Talsperre Während der Endrunde der Handball-Weltmeisterschaft 2007 wohnte das deutsche Team im Hotel zur Post Am Tag des Finales wurden die künftigen Weltmeister von tausenden Fans verabschiedet Die Wieler Kreisel, Bahnhofstraße, Brucherstraße, Homburger Straße, L336, L350, Kreisel K48, L336, Kreisel L350, L95, L336, Olahammer, L350, L320